Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Cysteria. So, wo müssen wir jetzt eigentlich überhaupt hin? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm... Wie kann ich... Kann ich nicht irgendwie rauszoomen? Hm. Äh, wir sollen zurück in die Stadt gehen. Gut, dann, äh... Da hinten war Turtles. Dann sind wir gerade falsch rum. Müssen wir so rum. Jo, hier rum und dann rechts. Kämpfen wir immer noch gegen die Fledermäuse. Boah, sich im Dunkeln so zurechtfinden können wie eine Fledermaus. Das, äh... Hätte durchaus ab und an schon mal seine Vorteile. Okay, diesmal habe ich doch deutlich mehr Schaden gemacht als in den letzten Kämpfen. Ein Würmchen! Äh, 1000 Füßler. Das ist das Einzige, was mich... Was der Negativpunkt wäre für mich. Ich würde ja total gerne mal nach Samoa reisen. Und da gibt's nicht wirklich großartig viel giftiges Viechzeug tatsächlich. Außer Tausendfüßler. Tausendfüßler. Boah. Jam, 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 jam. Also, die bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Trotzdem würde ich voll gerne mal nach Samoa. Das entspannte Paradies. Tatsächlich ist es da ja so, dass man schief angeguckt wird. Ähm, wenn man... So, da speichern wir mal drüber, wenn man irgendwie die Stimme erhebt oder sowas. Also, es sind generell so komplett total voll entspannt. Und, äh, ja. Puh, endlich. So, was sind deine Pläne jetzt? Hm, ich glaube, er ist in der Inn. Oh, Mikleo? Aber er sagte, er würde uns warten in der Inn, wenn er weggelegt. So, die Ruins below spread out all over dem Ort, richtig? Wenn das so ist, ich glaube, Mikleo ging nachher für eine andere Entrance. Eine, die nicht diese. Huh? You mean Mikleo went into the Ruins alone? How dangerous, how downright reckless of him. The Hellions here are spreading like wildfire. You just saw firsthand what a force they are to be reckoned with. How can you be so calm when your friend is in peril like this? He'll be fine. I know he's not the type to let his guard down when he's faced with real danger. And I'm sure he knows full well that he has no ability to purify the Hellions all by himself. Don't worry. You really do have the utmost faith in him, don't you? Well, it's a love-hate sort of thing. I see. So Mikleo has a sort of rivalry going on with you, and thus he went alone to search for the Ruins rather than return to the Inn. But you're sure he wouldn't do anything dangerous by himself. So then, what are your plans now, Soray? Man, you sure have a mean streak, you know that? Oh, do I? But anyways, first I have to return this to Alicia. Oh, the knife you used to open the door. We found this at the Ruins, where I first met her. It was probably handed down by the Royal Family. I'm sure it's very important. Before I begin my duty as a Shepard, I feel like I should return it. Indeed. Lila, you had something else to tell me, right? About what it is to be the Shepard. I'd like to hear the rest of what you had to say. It's true, I do. But first, to that same end, there are things I would like to ask Alicia as well. Perfect. Let's head over to her manor, then. We might find Miglio as well. Oh, yeah. He'll probably give up and wander back anytime now. Now that would be perfect. Boy, I knew you had a mean streak. Wer hat uns denn da gerade eben belauscht? Einer von denen? Oh, hey! So you made it out okay? You really saved my butt back there. Thanks so much. Oh, nah. It was nothing really. We owe you our thanks as well. When this guy went missing, we thought he'd just up and gone home already. Whoa, now. Hang on a second. Aren't you the Shepard? That outfit fits the description and all the rumors to a tea. Well, uh... For real? This is the guy that pulled the sword? I figured you were something special, but this is more than I even bargained for. Gotta thank you proper for saving me. Wanna get some grub later? Haha, to think I'd become buds with the great Shepard himself. My wife and kid are gonna scream the roof off when they hear this. Well, uh, I don't know if... Things must be tough, but hang in there. We'll be cheering you on. Ah, he'll be alright. He's the one who removed the... Great. See you soon, Shepard. They certainly were a lively bunch. Yeah, that's one way to put it. Everyone back home in Alicia is a little more relaxed. You spent your whole life in the village of the Seraphim, right? With no other humans around for miles. Until I met Alicia. I see. Oh, und mir fällt gerade noch was auf. Und zwar... Ich muss jetzt mal ganz kurz raustappen. Denn ihr habt jetzt die ganze Zeit entweder das Spiel zu leise gehört oder meine Stimme irgendwie komisch. So, jetzt habe ich das Spiel wieder auf laut gestellt und meine Stimme in OBS gemutet. Ich hatte das noch vom Stream eben an. Tut mir leid. Das hatte ich total verpennt. Das wird sich jetzt wahrscheinlich für euch alle ein bisschen komisch angehört haben. Okay. Wir müssen zurück zu Alicia, ne? Genau. Ja, ich glaube hier von diesem zentralen Punkt kommen wir dann wieder in das Adeligenviertel. Genau. Darauf und dann rechts, ne? Ich glaube, so kamen wir da hin, wenn mich nicht alles täuscht. Gucken wir mal. So. Eine Ruine unter der Stadt. Ja, das stimmt wohl. Es ist schon interessant, jetzt mal hier selber der Hirte zu sein. Und nicht gegen den Hirten kämpfen zu müssen. Und... Hoffe mal, dass Soraya es nicht genauso versaut wie Artorias. Ah, da ist wieder... Wir können, aber ich glaube, dass wir nicht garantiert werden können. Ich bin sorry. Es ist ganz gut. Ich sehr, sehr empfehle ich Ihre Arbeit. Und Sie? Ja. Ich werde alles in meinem Macht machen können. Deine Persönlichkeit ist ein Punkt, die ich sehr liebe als Lehrerin. Aber ich weiß, dass es auch die Chancellors auf die Wall führt. Nehmen Sie sich zu schwer. Ich werde Sie wissen, ob etwas passiert. Ja. Oh, Sirei! Oh, uh, hallo da. Ich komme später. Nicht überhaupt. Ich war gerade weg. Oh, du... Ich danke dir für deine Hilfe, Shepard Sirei. Ich bin Maltran, Knight, Preceptor und Advisor zu der Royal Army der Kingdom of Highland. Bitte, alles du kannst, um Hilfe zu helfen. Sie könnte die Unterstützung von einem guten Freund. Ja, natürlich. Ach, ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Ich weiß, nicht? Ich bin so spannend, wie sie sie. Ich bin so spannend. Wir gehen während wir reden. Wir gehen während wir reden. Du schiebst den Ruinen, correct? Ja, genau. Das stimmt. War das schon alles, was ihr mit uns bereden wollt? Jetzt war ich gerade still, weil ich dachte, jetzt kommt noch was. Jetzt kommt noch was. Ja, ich dachte, es war dein. Das ist ein wichtiges Wettbewerb, das in meine Familie wurde für Jahre alt. Ich dachte, dass ich es nie wiedersehen kann. Danke so viel. Um, ich entschuldige, aber wir können uns auf die Sache auf der Hand kommen? Lady Lila, forgive mich. Wait, hast du... Ich konnte sie hören. Ich habe definitiv gehört Lila's voice. Das ist eine Überraschung. Hallo? Ich verstehe, also es wird nicht so einfach. Lila? Ich werde erklären, aber erst mal, wiederholen Sie die Hand. Lila sagt, sie wird erklären. Kann ich mir wiederholen? Sure. Hallo? Alicia? Kann ich mich hören? Ja, ja, ich kann. Loud und klar. Ich habe noch nicht noch meine Wälder. Ich habe noch nicht mehr, wenn ich meine Wälder bin. Ich habe noch nicht mehr, wenn ich meine Wälder bin. Mit mir? Ich würde sagen, dass du uns deine Macht hast, so dass wir die Vessels und die Lords von der Land finden können. Ich würde sagen, was diese vielleicht sind? To explain fully, ich muss Ihnen sagen, wie diese Welt wir leben in ist strukturiert. In den Angegensten Zeiten, die Seraphim und Humans worked zusammen in order to protect their land from the Malevolence. Die Seraphim und Humans worked zusammen? Wenn die Vessel in die Vessels war pure of heart und garbored no Malevolence, those Seraphim with power would become lords of the land. And through worship by the people, they gained the ability to expand the area of the Blessed Domain, which repels the influence of the Malevolence. The Sanctuaries were built to honor the lords of the land and keep the area around the Sanctuary safe from Malevolence. However, the Sanctuary in this town has neither a lord of the land nor a Vessel, let alone anyone who will properly pray to them. Is that why there's so much bad stuff going down around here? Yes, even if the Shepherd purifies the Malevolence, it will be impossible to maintain the land's protection without the blessings of the lord of the land. I see. So you wanted to ask Alicia for help in finding a suitable vessel for the lord of the land. And should they be found if those of the Sanctuary would properly worship them both, is that correct? Precisely. Any ideas? As for the Sanctuary, I'm afraid almost all of the pious ones in my country have lost their sense of gratitude towards the Seraphim. No way. However, there is a man named Brunor who has recently ascended to the priesthood. He is a good, sincere man who gave his time to help us prepare for the festival. Would he help? Yes, I believe so. Time is of the essence. Good. She's gone already. She's probably heading over to the Sanctuary. She's quite the tomboy, that Alicia. Then we definitely have no time to lose. Ah, da ging's zum Heiligtum, ne? Ich meine. Oder auch nicht. Oh, falsch. Ach nee, das ist... Hahaha. Das ist was, was wir noch nicht kennengelernt haben. Ich bin mal wieder etwas verwirrt. Natürlich, wir mussten ja erst zurück in die Stadt und dann konnten wir erst zum Heiligtum zurück. Da, da, dam, dam. Da, gegenüber ist das Heiligtum. Übrigens, diese kleinen blauen Knubbelchens, die ihr hier rumfliegen seht, ich denke mal fast, dass das die Bosheit ist, denn so sah es zu Tales of Berseria immer aus, in den Gebieten, wo die Bosheit Überhand genommen hat. Deswegen denke ich mal fast, dass das damit alles zusammenhängt. Okay, ich würde jetzt für heute sagen, dass ich mich wieder verabschiede. Ähm, mein Tan, tut es mir leid, dass die Folgen etwas kürzer werden. Ich verabschiede mich, wie gesagt, für heute. Morgen sehen wir uns dann wieder, dann im Heiligtum und dann gucken wir mal, was Alisha da dann mit uns bequatschen möchte, beziehungsweise wie es genau weitergeht. Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!